Morgen miteinander, alles klar? Ich schaue auch dialektisch einfach so schön. Willst du auch ein Schock? Schocki, da kannst du mich jagen. Die Krankenkasse-Prämien sind wieder gestiegen. Endlich! Also der rotste Feder, ein arroganter Keib. Total. Die Bussen hier sind viel zu billig. Ja, voll. Die ganzen Blitzer, die dienen wirklich den Verkehrssicherheit. Ja. Papierrühre in normalen Kübel. Bettrühre in normalen Kübel. Hey, die SBB-Preise sind übertrieben günstig. Uhre. Im Ausland ist alles so teuer. Kannst du nicht zahlen. Hey, ich liebe Französisch. Ja, und die Romons sind so geile Süche. Ich fühle mich mega verbunden mit ihnen.